So, jetzt ist es aber aufs Tuning. Ich hab 196.000. Wenn man nur die Teile wieder verkaufen könnte, die man da so rumliegen hat, ne? Du kannst die an andere Autos einbauen, wenn du deine andere Autos hochziehst. Alter, zieht der jetzt! Holy Smogs! Jo, guten Morgen! Ich fand er gut. War ein Dead-Joke, ich geb's schon zu. Jetzt sollten wir aber die KI auf jeden Fall deklassieren hier. Tatsächlich. Oh, Bafo fliehen! Wie Bafo wegzieht! Ja, GG, Muscle Cars OP. Auf höchste Geschwindigkeit zumindest. Oh Gott, Keks, tschuldigung. Jetzt wird's auch ziemlich bunt im Feld, weil jetzt hier Lambos, Porsche, Muscle Cars, alles dabei. Wow! Da war ich grad ganz nah hinten an dir dran, Ben, hier hast du ja gemerkt. Jo, aber der Topsteam im Lambos nicht so gut, kann das sein? 300. Okay, ich komm auf 306 gerade. Und ich hab meinen Anpressdruck natürlich noch reduziert. Hier wird aber mit harten Bandagen vor uns gekämpft. 11, 117. Alter, was ist hier vor mir passiert? Maniac hier! Mit ganz harten Bandagen, der Mann. Ich bin immer noch hinter euch. Ja, super und das, das tut mein Autsch, mein Herz natürlich erfüllen. Das wird nämlich jetzt immer kalt machen. Ja, das war ein Rettler zu viel an der Wand. Also ich kann immer nur einmal pro Rundung hinterboosten. Häufiger krieg ich nicht hin. Bafo hat 700 Meter Vorsprung, wir berunden uns gleich. Also die Muscle Cars sind halt logischerweise auf Höchstgeschwindigkeit extrem stark. Das ist schon immer so. Also deswegen ist das hier gerade in ihrer Strecke, da brauchst du kaum Anpressdruck. Nur schnell sein, fertig. Aber wenn viele gleichzeitig durchs Ziel fahren, hört sich schon ganz nice an. 51, da nehmen wir mal irgendwie 2 Minuten 30 oder sowas, ne? Hm? Wir haben glaube ich gerade 40 Sekunden schneller das Ganze gemacht. Wir wollen jetzt lieber Reputation farmen, richtig? Damit wir mehr Shit freischalten. Hm, ich habe jetzt 6.5 Stausgänger, dich aber dann verlieren, na super. Dann musst du noch was ausgeben, noch ein Auto kaufen oder so. Hm. Warte mal, ich geh auch noch mal ein Auto kaufen, tatsächlich. Mach weg! Was? Hier. Hier. Mini Cooper. Ne, Mini Countryman. Bäh! Hier. Der wird's. Ja, kaufen. In Garage schicken. Schankedön. Ich meine, alle Zahlen höher. Ja, schön, dass du das jetzt aber mit den Zahlen gerettet hast. Kinder zum Beispiel, Kinderanzahl. Das wird höher, wenn man was reinsteckt. Ja, wenn man viel reinsteckt und häufig und regelmäßig. Die ganzen Farben und ich... Entschuldigung. Au! Boah! Wer hat mir da eine mitgegeben? Mania, geil, dass du da rausgezogen bist, da hat mich gekillt, ey. Holy moly. Jup, 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 jup. Schön innen vorbeiziehen, so macht man das. Oh, nicht auf den Sand fahren, so macht man das nicht. Wenn die am Maskelkackern das machen. Hier hätte man eine schöne Abkürzung nehmen können. Oh, oh, oh. Hallo, Billy. Grüß dich durch. Oh, oh. Wow. The fuck. Wo sind die... Da muss ich hin. Nicht links, aber ihr müsst rechts rum, Leute. Wie alle, die verwirrte Strecker fahren, ey. Mit erster dadurch. Weil keiner wusste, wo die Strecke lang geht. Sehr gut. Alle fahren den ersten hinterher, der falsch wird. Nee, ich bin schon richtig gefahren. Ich bin ja nur an der nächsten Kurve falsch. Ich weiß jetzt auch nie so viel besser das. Was macht ihr denn so das? Kloppen die sich dort vorne? Ich seh nur Fucken. Nee, ich sag einfach. Okay, meine 500 Black, da hab ich zerstört. Alter. Dieser... Moment mal, hier kann ich nur durchfahren. Oh, nicht so. Ziehen. So, darum muss man... Nice, hab ich die Kurve verstanden. Gibt keine NPCs. Gibt keine NPCs. Also außer die normalen Verkehr. Ja. Rechter. Tja, die rechnen halt nicht mit illegalen Straßenrennen, die NPCs. Sonst würden sie zu Hause bleiben. Hallo Wapo. Auf. Hier gibt's ne schöne Abkürzung. Nehmen wir doch das mit. Die... Oh Gott. Yo. Die kleinen Sonne war keine gute Idee. Da hat mich komplett aus dem Leben gerissen. Nicht gut. Das hat echt viel HP gekostet. Oh Gott. Uh, Platz da. Oh Gott. Und durch. Zehntausend kap das. Yo. Trotz meinem ganzen Gemecker. Ja, das ist doch nice. Wir müssen auf dem Rennen raus, okay. Wo sitz ich das doch an? Ja, tatsächlich wollte ich Chris aber auch mit den Boys nehmen. Ja, dann geh ich zu den anderen Taten. Das wär für mich... Wenn das für dich okay wäre, cool. Ja. Das ist echt was auf das zu mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann nimm ich den anderen zu. Dann nimm ich den anderen zu. Auch. Erstmal ne Abkürzung. Aber nehm. Boah. Ey, die anderen rum willst du? Fahr da rüber. Was tut dir? Das ist kein Mario Kart. Doch, doch. Das ist Mario Kart. Für Erwachsene. Ja. Ich könnte meine Eltern fragen. Die haben ne Wii und benutzen die seit eblichen Zeiten nicht. Was willst du auftreiben? Übrigens, da hat irgendjemand Kopf am Hintern. Ja, ich. Aber ich bin schon an und kommen. Ja, die werden jetzt nach hinten durchgereicht oder was? Ja, sieht so aus. Ja, ich krieg's jetzt so aus. Wer zu langsam ist, kriegt die Koffer, ist schlecht. Letztes und muss dann am Ende wegrennen. Wo sie richtig assi sind. Aber hier kommen noch mehr Cops. Ja, das erinnert grad genauso wie ich. Schön falsch gefahren. Nein. Das war ne hauptliche Täuschung, Felix. Nein. Ich will gar nicht boosten. Ich bin so schnell. Ich kenn die Strecke nicht. Äh. Okay, die Strecke war richtig. Oh Gott. Ja, die hat echt lange Checkpoints. Das nicht? Ich wusste grad nicht, wo ich langfahren soll dort. Was mehr zu tun? Wie langsam aus ist, weil es irgendwie angenehm war. Ja, ne? Ich steh doch noch auf. Hier sind hier solche komischen Linien da. Ich fliege übelweit. Aber Killer-Kids sind hier wieder hart am Arsch, ey. Au. Dann wär ich von hinten angebummst, ey. Und so meine Kinder entstehen Kinder. Okay, ey. Nice. Hiss! Das wird auch mit der Kamera, wenn man off-gesetzt hat, so tief ist. Dass man gar nicht unter seinem Autofond... Du kannst die Kamera erhöhen. Übrigens hab ich noch nen COP aktiviert. Er kommt gleich zu. Noch mehr Cops. Willi, ich bin grad extra wirklich im Huhn vom Gas. Du hast mich trotzdem leicht angeguckt. Ja, weil ich gemerkt hab das... Achtung! Ja, gesehen, danke. Kommt jetzt nicht rum. Oh, komm! Ja, der hat schon wieder abgedreht. Der wollte nach... Fuck, nach mir. Alter, hier gehts... Das sind übelst lange Strecke. Hier gehts ja sonst wohin. Es geht um die halbe Napti-Strecke. Entkommen! Nö. Oh oh. Der Boost war nicht schlau. Benjamin, den... Ich hab vor Serpentine geboostet gerade. Noch besser. Das ist nett... Nett... Ein kleines Moment. Guck doch links, bist fünfter. Ist krass, wenns richtig enge Kurven sind, dann zieht mich der Porsche gnadenlos ab. Oder wenn er gut fährt, keine Ahnung. Vielleicht bin ich vor Serpentine aber zu blöd. Ich hab halt grad 10 Millionen KI-Autos vor mir hier. Ja, vielleicht haben wir noch ein paar mehr liegen lassen, weil... Wir ja auch immer wieder was anrempeln. Oh, cool. Also, berg... Berg hoch kann der Porsche irgendwie noch beschleunigen. Ich nicht. Ich kann nie... Da ging's rum. Zum Glück hat Kinder den kleinen Fehler gemacht. Was? Ich bin aber über 265, dann ging nicht mehr. Wir sind schon auf H2, da kommen schon die Corvettes, oder? Bin ich nicht... Nicht blöd. Also ich bin doch eher... Haben wir hier vorne auch vergessen abzubiegen tatsächlich. Wir haben sie auch komplett verhaft. Aber die Bullerei, die hat mich erstmal schön geblockt. Aber die will ich ja festnehmen. Ich würd ja sogar sagen, lass uns mal auf H3 ziehen. Und dann mal ein High-Heat-Rennen machen. So weit bin ich glaube ich von H3 gar nicht weg. 12.000, Alter. Ja, wir müssen halt als Voraussetzung H3 haben. Ich muss eigentlich... Au! Das war's? Ich...